so 15,3 grad es geht los so halb sieben geht es los und mal sehen wie weit ich heute komme der versuch ist 100 kilometer zu schaffen immer in 20 kilometer abschnitten wiederhole ich die strecke so ja jetzt ist sieben uhr eine halbe stunde ist um und noch zu erwähnen ist natürlich dass ich den ganzen tag immer ohne wasser also ohne getränke ohne rucksack fahre da ich das unterwegs nicht brauche weil ich nach 20 kilometern jeweils sowieso eine pause mache hier ein feld raps oder so mit einzelnen sonnenblumen schön so zehn kilometer vorbei nach 45 minuten und das geht wieder zurück hoch ja so macht es doch spaß hier so 8 uhr fertig runde 1 23 grad so 25 so zweite runde 9 uhr 17 diesmal gestartet ja mal sehen ob ich jetzt länger brauche oder ob die kraft irgendwann abnimmt im laufe des tages denke mal schon aber das ist gemütlich so ihr tiere na du was gibt's neues ich komme heute noch öfter hier vorbei okay so umkapppunkt erreicht und es geht zurück ja auf zur dritten runde bei über 30 grad und ja geht auf jeden fall gut weiter hier um 12 uhr mittags um 12 uhr mittags so was geht denn hier ab so jetzt bin ich schon wieder hier hier sind auch welche leute so jetzt wieder zurück so jetzt bin ich ja mal ein stück weiter gekommen da hat einer guckt so jetzt ist die dritte runde wieder rum so kurz nach 15 uhr etwa 30 grad noch also ich habe eine längere pause gebraucht und jetzt ist auch bedeckt und es fängt an mit regnen ja aber ich mache weiter äh vierte runde ja es regnet und die sonne scheint cool was ist denn das für einer nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht und wendepunkt wieder zurück aber nicht erschrecken warst du der von erst gerade keine ahnung hier gibt es massenweise davon ne das ist ein abteil weiter dort vorne waren da so eine kleine rehe mit dabei und keine ahnung voll schwüles wetter naja hat es ja ganz schön geregnet noch als ich weg war ja es ist richtig schön schwül so man sieht immer noch fast 30 grad ich habe es wieder so eine halbe stunde dreiviertel stunde pause gemacht 17 uhr 18 und es geht weiter ja ja noch ein bisschen sonne nicht mehr viel aber noch schön warm so hier an der kreuzung umkerpunkt naja die sind jetzt hier weiter weggelaufen in andere ecken hier äh was war denn das ey so gleich habe ich die 100 km voll ja so kurz nach 19 uhr Pause erstmal mal ich wäre ja nicht ich wenn ich nicht wenn ich nicht noch eine sechste einfach mal auf den alten rekord von vorigem jahr noch 100 km obendrauf legen so 110 km zurück geht's ja also in dieser minute ist leider schon Sonnenuntergang boah ey 21 uhr 17 ich habe es geschafft 120 km geil naja Akku zu niedrig um LITZ zu verwenden ähm aber ich kann euch sagen 22,0 sind es noch und damit tschüss bis zum nächsten Video so sowas wo 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 wo